mit dabei ist Fabio und Linus ja ich habe den Scan nächster Gegenstand ah ja das habe ich jetzt gerade auch gemacht aber ich habe da einen Kollegen der geht einfach immer erst hinterher wieder erst in den Stream immer als der Kind auch egal und alles hat es sich eben so ergeben und er war ja kein copy oder ein ne also ja ganz scheiße hier so äh ich tritt mach ich bei wenn du es hier nicht sag ich es gab also ne auf der LKW warte ich lad noch mal ein in die Party ein boah ne der warte ich schlag mal ein vorwarte wo ist er ähm da ich habe ein vorgeschlagen von mir ach der wenn die Kuchen und die ja die Kuchen und die ne mh kann das aber schon wann kommt der nächste Playstation Kluskin in den nächsten Monat in den nächsten Monat ach so jeden Monat ja dann habe ich drei Stück ja weil den nächsten Monat ist er halt immer noch was ist was ist was ist Ja, 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 klar. Geht noch! Feinde! Ja, mein... Oh, HIT! HIT! Ja, mein, der hat nicht bekommen. Da hattest du... Das andere! Das anders du! Das anders du! So! Lassst du den Push hin gehen? Hast du ein bisschen Cybershop? Ja, 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 ja. Und da... Da, 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 da. Who is... Who is... Oh, Junge! Hallo? So, folgen wir einfach mal mit den Grünen. Dazu zählen 21... Kommt! ...21 mal 800... ...16.800. Dann haben wir 27 blaue Skins, die gezielt werden. Das heißt, 27 mal 1.234 Skins, die mit dazu gezielt werden. Ja, ich sehe... Gott! 64 mal 1500... Oh mein Gott, Digga! Okay, die Zahl kannst du euch nicht sagen... Eine down? Ja, eine, eine down! Oh mein Gott, Digga! Okay, nein, ich muss euch sagen, es sind 96.000 V-Bucks nur für jeder Skins. So, jetzt noch die goldenen. Da, 31 Skins habe ich mir davon holt. Könnt ihr den nur so legen? So, äh... 31 mal 2000 natürlich sind dann, ähm... Da kann man schon ausrechnen... Ja, ich bin das voll schockt worden! Ich hab alle noch... Warte, ich guck mal, ob der andere noch... Oh, noch mehr, noch! Da, wo wir grad waren! Im High-Grund! Ja, hab ich! Hab ich! Jeden 6 bin ich, warte! Ey, kannst du da bitte einfach... mir helfen? Okay... Äh, ja... Nein, was ist los? Da liegt nicht einfach noch! Da liegt nicht einfach noch! Da nicht, da nicht einer! Einer, Headshot! Einer, Headshot! Einer, Headshot! Einer, Headshot! Na minde mit meinen Mann! Oh! Ich bauch Minis! Was? Einer, Headshot ist... Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Komm zu mir! Hast du Minis? Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Komm hier, komm hier, fahr auf, ich brauche dich. Ich schieße nach uns. Junge nein! Fuck! Bitte! Er ist hier runter, er ist hier runter. Ich wollte gar nicht mehr. Ich tue Gl 53. Erlkf! Bis zum nächsten Mal. Sollte und aber wer hat er denn wenn sie konnte er werden dann stumm noch deine Stimme Ninos das klingt immer richtig auf das macht ihr immer ich gucke zwar auch YouTube aber dann stumm ich mich Seid ihr fertig? Fabio seid ihr fertig? Ich bin grad ne Runde gestartet Ach so ok Sorry Also nach der Runde laden wir nicht ein Ok Ich bin grad auch in der Runde Ja wir gehen auch so Ich geh hier Rosalind Ich muss eh noch kurz auf trinken gehen Obwohl ich... ne alles gut Ich hab noch was für hier Dann kann ich schon ein bisschen später rausspringen Dann muss ich nicht helfen Erstmal ne Schuhgasse geselmt alter 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 Beste Schuh ever an die Nüsse muss ich ja auch hin Alles hat sich eben so ergeben Spiel also du hast gesaved Bricks ne? Was ist ne Waffe? Gute Digle? Ja moin! Große geht raus! Hause Munition? Hause Munition? Digle? Ich weiß nicht Ich hab die Schuhgasse Ich hab die Schuhgasse Der Schuhgasse Der Schuhgasse hat viel zu weit weit Da, ja ganz unten, ganz unten Ich bin fast von der Luftvernehmer. Schreien, danke. Ja, ich hab ja echt Topf. Alles, ob ich da gerne nur ein Spiel soll. Essen? Ich esse immer so. Jetzt? Ich hab keine Messe mehr. Oh mein Gott, ich hab eine Steinschlusspistone. Ich komme! Ich hab eine Messe. Ich hab eine Messe. Ich hab eine Messe. Ich hab eine Messe mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Dariusz WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Übrigens, du bist... Herr Lama, Digga, nein! Lacker. Aber mein Team hat mir den Abstauben. Im Stream. Achso, ja, das weiß ich. Achso. Natürlich, direkt fast... Ist dein Stream abgebrochen? Nein, der andere, weil ich musste neu starten, weil ich hab den neuen Plätzchen Plus. Aber bei mir steht deine Kamera da gar nicht. Ja, weil ich hab halt mir den neuen Plätzchen Plus-Skin geholt. Und dadurch musste ich jetzt... Weil ich musste neu starten. Scheiße, die Schatztruhe ist in der Zone. Egal, scheiß drauf. Scheiß drauf, ja. Halt's ab. Ist es bei dir auch manchmal anfangs gar kein Ton? Also bei mir ist immer immer anfangs kein Ton. Weiß ich nicht. Achst du da nicht drauf? Ja. Ich hab mich fast, dass er mich richtig hat. Der ist lieber, der hat fast Fuhl. Na, ich hab zack, 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 der hat... Oh mein Gott. Ich hab einfach Lama und Schatztruhe. Äh, Schatztruhe. Warum schieß ich da damit drauf? Es ist eine Giftfalle. Ja, ja. Eigentlich war wieder eine Falle, ne? Gab's schon so lange keine, ne? Ich hab schon wieder beide Tänze, Alter. Ich auch. Ich hab drei Sachen im Shop. Da bemerkt man erstmal, wie viel man eigentlich hat, ne? Ich hab drei Sachen im Shop. Eiszapfen, Windig und Lama-Glocke. Ich hab Windig und Lama-Glocke und noch was weiß ich nicht. Wann kommt denn mal ein neuer Modus? Immer noch klassisch. Ja, ja, das steht, äh, das steht demnächst. Also, wenn morgen ein neues Update kommt. Also, ich glaub, morgen kommt ein neues Update. Nein, ich mein, wenn ein neuer Modus kommt. Ja, ich mein, ich... Morgen kommt ein neues Update, dann kommt die Falle, der Modus und sowas. Ah, mit einem Modus. Neuer, ganz neuer. Ja, ja. Äh, der Boden ist Lava-Modus. Ja. Ja, ja. Hä, wo ist denn der Team-Mail? Soll ich nicht so ne Runde machen? Ja, ja, ich bin jetzt aber... Weißt du, wie man, äh, Stretch einstellt? Weißt du das? Weißt du, wie man Stretch einstellt? Nö, was heißt Stretch? Stretch ist so, da liest du fast alles so richtig im Nahkampf. Damit spielt Karma und so alles. Ich weiß halt nicht, wie das geht. Den wollte ich nicht fragen. Oh, dicker geht es dir gerne. Was will ja. Ich guck mal, ich... Warte, wie viele Wünste hab ich eigentlich? Solo 8, Duo 12, 20, 45, äh, 98, 45 bis 98 und dann 142. nein eingeloggt und der andere low herrmann erholt erst ein freund hoch mein team nein soll ich noch eine runde gehen oder nicht nein jetzt steht das höchste und zwar bei warte ich verlasse ja ich werde ich mir irgendwas zu füttern aber was haben wir doch pinguin sieht man nicht wirklich was gut das Problem ist bei mir gibt es aber das mag ich nicht meine Mama ist da ach guck mal hier ist ein Mini Donut aus Holland oder was heißt aus Holland aus der Türkei tritt mir bei tritt mir bei und dann geht es mir gut ich bin aber noch null eingespielt egal ich bin jetzt ich dachte immer dieses große ritter schild dachte ich immer dass er schwarze ritter immer so in den Augenlobis wenn ich das gesehen habe war schon wieder so ein schwitzer als wenn ich dich jetzt damit sie dann denke ich mir auch so so ich bin ja auch ein schwitzer ne nein du hast voll die übertriebenen schwitzer skins und so aber wenn man nicht dann so spielen sieht dann denkt man sich auch immer so oh Gott zwar na alles gut mal hin super dein Headset ja jetzt 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 aber was war mit dein Headset ich war ich war kurz in der Küche weil meine Mama ist da meine Schwester so liebst du deine Schwester manchmal ja manchmal ja manchmal nicht ich hoffe es kommt so scharf jetzt im Gesicht wieder rein das war krass geh mal von meinem Handy weg und verpiesel dich aus meinem Zimmer verpieseln also nicht solche Kraftausdruck hier wer fliegt besser blaue Haus schwarzer Ritter gönnt sich über mir absolut fast dauernd ja schwarzer Ritter Stimme wäre oben in der Kiste natürlich Lama boom hab ein One-Hit der beim Lama hab ein One-Hit der beim Lama nein als ob komm mal zu mir bitte ich werde hier gesandwischt ich bin laut und werde gesandwischt von oben und von unten nein Digga wo ist der? komm lieber zu mir die kämpfen doch ja dann nicht ich hab keine Mets boah ich dachte grad sorry sorry hast du ne Würfe für mich? ich hab selber nur eine ich auch aber nur eine schlechte da wurde einer getrafft da wurde einer getrafft zauber nicht da reinlaufen ich wollte nur gleich Shotgun Muni weil ich hab den mit dem letzten Schuss geholt gerade oh lecker erstmal Elize-Agenten geholt aus Safe Digga hast du Shotgun Muni für mich? ich hab nur vier mein Gott hast du jeden willst du das ja gewähren? nein kannst du mir da Muni geben? nein nein bau 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 nein Einer hat genug Zloser der Finisht oder ich glaube der wird finish' der will finish' ja aber 14 oh mein Gott Digga du bist ne Maschine geworden ja was ein Ehrenloser der wollte mich einfach finish'n wir müssen wir müssen tanzen wir müssen tanzen auf ihrem bruder basis hier liegt noch eine pump für dich wenn du brauchst oh ja sorry du bist fast gestorben zu mir noch mal nein kann ich kann zu mir jacke werden geben ich habe am moni alles alles mögliche halt nur halt an waffen bin ich jetzt hier gerade auch nicht der beste mein bestes mein besser ist eine schallgedämpfte pistole schallgedämpfte maschinenpistole blau die habe ich zum beispiel nur ein grau für erste runde ist das gar nicht so schlecht oder die kreis passt meistern er bei war mal wieder 6.000 775 tausend 675 millionen menschen ich habe gerade eins egal ein oder zwei habe ich low gemacht dann wurden die von jemand anderem abgestaubt habe ich ein von deinem kürz abgestaubt ein glaube ich ein bisschen weil ich bin ja ich bin ja genockt worden aber da hast du mich ja zum im prinzip gerettet halt brauchst du ja nicht leid tun ich glaube deswegen hast du die ganze muni ja aber ich habe kein kein ding kann man das gleiche die bei uns geibet oder so und beträgerisch gut mann der kringleiter der ist dahin geflohen hast du jump hit siehst du den Scheiße, Digga, drück mir direkt von mir auch was bekommen. Anderer, äh, Blue-Hits. Nein, er kommt von hinten. Er versteckt sich, Mann. Digga, was ein Wichs-Camper, ja? Kommt er bestimmt wieder zum Finischen. Kein Spaß. Ja, Finish, Digga. Was ein... Nein. Nee. Einfach nur Finischen, Digga. Finish ihn, bitte. Sauber. Da wolltest du endlich, ne? Nein. Scheiße. Bitte, bitte, bitte. Nein. Acht, Scheiße, Acht. Acht. Nein. Ich bin so schlecht, Mann. Ja, für erste Runde war das super. Ich schaff das nicht mal gegen ein Duo, Mann. Ich schaff das nicht mal gegen ein Duo, Mann. Ich schaff das auch nicht. Nein, überleg mal, du hast gerade zwei Duo genutzt und ein, noch so genommen. Scheiße, geh mal bitte aus meinem Zimmer. Du bist ja nicht mit dem下面. Ich schaff das einfach nur noch! Ja, ich schaff das. Scheiße, aber ich schaff das nicht mal. Wie soll das sein? Ich schaff das nicht mal an. Ach so. Du, komm. Ich schaff das nicht mal an. Ich schaff das nicht mal an, aber ich schaff das nicht mal an. Ich schaff das nicht mal. Ich schaff das nicht mal an. Ich mag das manchmal so gar nicht, wenn Leute in mein Zimmer sind. Ich hasse das auch nicht so. Manchmal fackt mich das so ab. Ich geh erst ne halbe Stunde, das ist fast komplett. Bala lo 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 los. Haha, Spaß. Ich komm mit dem Minigun. Ein Minigun wird rausgenommen, oder? Nein. Nein, ich find die nicht. Ich hab gerade das eine gefunden. Mach mal Salat. Ja, aber jetzt spielen wir gegen Squat, ne? Ja, ich wollt grad fragen. Spielen wir grad klassisch? Ja, ja, klassisch. Das macht mir so Bock, weil du fragst ja dann von Waffen und so. Ich brauch ein RPG, dann ist die Runde gewonnen. Mhm. Nur halt die Muni, ne? Ja, die findet man eigentlich so geht so. Komm, mach Buddy, hopp. Ach Buddy, nein. Nein. Das hat er mir jetzt nicht angezogen, oder? Keine Waffe. Nein, Digga. Sorry, Sandy. Er bleibt hängen, er bleibt hängen. Er ist gar nicht, er ist finished nicht. Ich hol' ne, ich such' ne Waffe, komm' nicht. Ich find' immer nicht keine. Der such' nicht. Nein! Ich hab' echt keine gesehen. Du mit der Spitzhacke. Nein! Ich hab' den ganzen Haus nicht mehr. Äh, ich spiel' jetzt, äh, ich, ähm, du sollst einmal kurz allein spielen, weil ich geh' kurz auf den Großen. Okay. Ich hab' den Briebe gen问题 geschafft, weil ich überst noises auf dem Schluck aufge Imagehaus. Das war's für heute. 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 Hi. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, moin. Das war's für heute. Hallo? Das war's für heute. 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 Hallo. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich mach's für heute. das war's 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 für heute. Ich bin nicht da. Wo ist die Mauer? Was ist die Mauer? Drei, danke für die Mauer. Ich bin nicht da. Was ist das Ding los? Wollen Sie Wasser? Ja. Wollen Sie das Ding loslegen? Ich bin da noch was für dich. Wollen Sie das Ding loslegen? Ich bin besser als Montana Black. Ich bin besser als Montana Black. Meinst du das jetzt ironisch oder ernst? Ironie. Aber dir weiß ich nicht so. Du Sack. Gesicht. Bist du. Oh, da hat der Mikro nach Aka. Oh, da ist jemand mit Null. Hm. Peinlich. Oh, da hat der Mikro nach Aka. Bei wieviel Null? Da hat jemand einen Null, habe ich gesagt. Bei mir sind Gegner. Brudi, komm schnell. Ja, ich komme zuerst, was du holst. Der ist unter mir. Ey, guck mal. Nee, komm doch mal. Wo bist du denn? Bei mir ist auch Gegner. Hab ihn. Das ist so wahr. Ich dachte, wir gehen den einpushen. Ey, sag auf den Nähe, Alter. Ich gucke dir nicht zu, Alter. Ey, Digga, ich bin doch... Ich... Bei mir war auch ein Gegner. Da waren noch zwei Gegner. Und den, den ich gehört habe, da bin ich hingegangen. Ja, und ich dachte, du mal... Weil du hast gesagt, der ist unter dir. Und dann bin ich zu dem ganz unten hingegangen. Weil sonst habe ich keinen gesehen. Das ist scheiße, Mann. Ich guck mich zu, ich geh raus, ne? Ja. Ja, das ist aber dann auch scheiße. Warum sagst du mir nicht, dass wir Duo spielen? Ich dachte, wir spielen jetzt gegen Squads. Hey, was ist daran denn so schlimm? Hm, hey, das ist doch... Äh, das ist doch besser. Ja, aber warum sagst du es denn nicht? Dann geh jetzt wenigstens nicht weiter looten und geh immer pushen. Okay, weil ich so reden glaube ich irgendwie ein... Ob ich irgendwie ein... Oh mein Gott. Guck mal, wer ich noch am Leben? Nimm die Minus mit. Okay. Okay, jetzt gehen wir... Wo ist 0? Ach so, ja, stimmt. Okay. Leave me alone. Gibt es hier Lust? Und geh jetzt Richtung hier so. Vor allem, er trifft dich mit der Zwillingspistole. Was? Der eine trifft alles mit der Zwillingspistole. Ich hatte früher auch richtig gutes Aim mit der Zwillingspistole. Ja, ich auch. Bis die das neue Schusssystem reingraben. Ich meine, ich könnte jetzt sagen, ich habe immer noch Aim, aber dann testest du mich oder dann guckst du und dann verkacke ich komplett damit. Schön. Ich war echt mal richtig gut damit. Und ich glaube, ich bin noch gut damit, aber halte ich mich so gut. Nee, bitte, wo ist das? Hier ist ein Jumper zu pushen, bitte. Oh, das ist doch die Kugel. Ja, meinst ja. Wurde jetzt schneller? Hast du das gerade gesehen? Ja. Wie schnell ist das einfach? Ich kann nicht widerstehen, ich kann nicht widerstehen. Guck, Digga. Oh, Gegner. Wo? Vor mir. Sortier mal dein Inventar. So, sortier ich mal. Nimmst das erste Shotgun nach Erde, nach MP? Nein, dann ist es falsch. Da, kennt doch nicht. Misser Royal Bomber. Okay, aber wo gar nicht. Hey, ohne Spaß, hier waren gerade Gegner. Da war keiner. Kein Witz, hier war einer, der hier oben das Dach kaputt gemacht hat. Und jetzt ist der schon runtergegangen. Da, guck mal. Da. Triff, bitte. Der ist los. Ich sag jetzt, der ist los, ne? Die werden noch von hinten genommen. Komm, auf. Auf. No, ist nur von, gehe ich auf den Baum, Digga. Warte. Warte, 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 der soll da einmal aufhören. So, jetzt. Guck mal, wie sie auf sich angesehen sind, Digga. Ehre? Geh einfach pushen. Nein, das waren zwei, das waren zwei. Hinter dir, hinter dir. Ja, Mann. Ich sag doch hinter dir. Ja, ich dachte, er wäre links. Er kam ja von hinten. Guck mal, was einer. Nur Playstation Plus, Digga. Und jetzt, guck mal, was ein Loom, Digga. Er macht einen hinten. Sein Team hat er bestimmt alles geholt. Nein. Wain! Erich. Warte, nur Papier. Erich. Lass uns mit Brian und Damien ein Duo-Turnier wieder machen. Ja. Hallo? Ja. Ich und du gegen Brian und Nico. Okay. Sag mal, Brian, der soll reinkommen. In die Partie? Ja. Wer war da? Äh, keine Ahnung. Roque drauf! Scheiße, ich hab so eine krasse Blutblase an meinen Fingern, ne? Mach mal die Musik aus, kein Witz. Sollen wir Klasse spielen? Mhm. Ich hab mich doppelt. Ich auch wegen, und wegen Damien dann, hä? Das war immer wegen Brian. Hallo? Hallo? Wir machen Duo-Turnier. Ja, dann bist du das. Ja, dann bist du das. Egal. Äh, ich, äh, und Damien gegen Brian und, also ich stimme euch, ja? Aber intim, ne? Aber intim, ne? Ja. Ich stimme dich dann, Brian und, äh, Nico. Nein. Nein. Das ist Kacko. Mann, aber das ist so, äh. Aber wenn wir euch was sagen wollen und ihr uns gestimmt habt. Ja, dann geht ihr Spielchat. Nein. Okay. Ja, dann, dann stummt uns. Entweder ihr geht Spielchat oder stummt uns. Ich bin Spielchat. Hä, warum geht der dann raus? Egal. So, Damien. Ja, keiner. Wir gewinnen. Wir gewinnen. Warte, nimm Royal Bomber. Brian redet bei mir gar nicht. Nimm Royal Bomber. Damien. Hast du Charlie? Charlie? Warte, lass den Rucksack, lass den Rucksack. Ah, ne, ich hab nicht mal geschossen. Ja. Ja. Nein, ich hab Charlie. Brian redet gar nicht. Nein, ich hab Charlie. Nicht immer direkt Pause. Wah. Brian. Ich hab' Pauli in Spielchat. Ja, ich war Spielchat. Ich hab dich nicht gehört. Ich hab's dich auch nicht gehört. S Up. Dann stummt uns einfach. Nein, ich stumm' euch nicht. Dann stumm' wir euch. Okay. Also, OHI. ижу. Niko stumm' uns, ٌ. Nico stummt uns und ich stummt Brian. Wir stummt Brian. Dann können wir uns irgendwie kommunizieren. 3, 2, 1, go. Damien, du musst Brian stummt, ne? Damien, wir gehen in Panda. Ja, wir gehen in Pleasant. Ja. Die sollen nicht mitkommen. Leute, ihr sollt nicht mitkommen. Nein, ihr sollt nicht mitkommen. Da gehen wir hin. Achso, die gehen auch ganz mit. Die wollten grad. So, let's go. Ey, das ist Chips, ey. Das nervt immer mal. Ich bin da. Das nervt krass in mein Headset. Ja, warte, dann mach ich mein Headset ein bisschen weg. Ja, moin. Ich schaff das gar nicht. Dann kommen wir einfach nach. Ich versuche zu überleben. Ich glaube, es kommt nicht mal einer mit. Lass kostenlose Automaten beide gleichzeitig nutzen, ja? Weil da gibt's ja diesen Back. Ja, das geht. Das ist voll geil. Ich hab Charlie leider noch nicht. Das ist voll scheiße. Boah, das ist noch keine Aufnahme, ey. Ja, ich hab ein scheiß gedämpfte Maschinenpistole blau. Boah, was ist denn? Pump, oh, ich hab schon voll Equid. Also, alles, was ich haben müsste. Pump geht noch ein bisschen besser und Stummel wäre auch aber. Ja, ich hab die alte S&G. Oha, der ist auch viel. Und die blaue, äh, blaue Automatische. Ja, oh, oh, oh. Leg die Schmack, die Schmack. Hier ist kein Automat, scheiße. Ey, cool. Nein! Als ob! Tor schon auf 10 runter bauen. Ska, weil ich sie auf 50 runter gebaut hab. Digga, wir haben den besten Loot, Digga. Oh mein Gott! Lecker, schmecker für Spaß, Digga. Noch eine SMG. Oh, epische, epische alte Maschinenpistole. Digga. Doch. Was haben die für einen Loot, Digga? Oh mein Gott! Ich komm grad gar nicht klar. Ich hab schon so viele blaue Pistols gefunden, ne? Ha! Nein, ich dachte, die sind nicht in der Zone. Die sind in der Zone, scheiße. Wir sind in der Zone. Nein, ich dachte, die sind nicht in der Zone. Dann hätt ich mich jetzt kaputt gelacht. Ah, die sind in der Zone. Die sind besser als wir in der Zone. Ja, aber besser am Rand, als gleich alle Gegner vor sich stehen zu haben, ne? Hm. Ich geh hier in das Haus. Lecker, schmecker für Spaß. Schön Materialien fahren, weil gleich müssen wir sandwichen. Ja, ich hab 500, also... Ich hab so insgesamt 200 ungefähr, wenn überhaupt. Ich bin echt los. Ha! Scheiße, äh, ähm, automatische, ähm, Sniper. Ich hab drei alte SMGs. Oha. Ich hab keine, weil ich benutze lieber die blaue Maschinenpistole. Die alte. Also die neue halt, die jetzt, die jetzt dran ist. Ich hab auch noch nichts. Hä, die beiden sind cool? Natürlich. Und wir finden halt nix. Nö. Looter nochmal da, guck mal nach. Schildis und so. Ich glaub in der Mitte ist noch eine Tor, oder? Ne, in der Mitte hast du schon gelootet. Ey, ist das euer Ernst, Fortnite? Warum hast du Damage kassiert? Ja, wegen Impuls. So. Ja, wahrscheinlich nicht. Ähm, hast du Platz für Heal? Weil dann nimmst du ganz viel Heal mit. Äh, nein, leider nicht. Ja, okay. Ich hab auch keinen Platz. Ey, willst du mich verarschen, Fortnite? Was denn? Blaue Pump. Oh, lecker. Was hast du für ne Pump? Grün. Äh, ich hab mich schon leiser gemacht. Leider musst du mich leiser machen. Ich geh Keller. Moni hab ich auch überall genug. Ach, die Kiste war unten. Ne, unten ist keine Kiste. Dann hab ich die Kiste gerade abgebaut. Ja, ja, hast du. Ah, nein, die ist hier drüben. Ich denk, sie waren mal die Kiste abgebaut. Nein, nimm's ruhig. Ich glaube nicht. Nein, wir haben den schlechtesten... Wir haben den besten Loot, ne? Das ist ein Snurper für mich. Sauber. Hier ist noch ein blaues Dungewehr. Lass mal eher so auf, äh, Sniper Camper versteckt gehen. Ey, hier wird auch kein Chili. Hm. Hm. Oh mein Gott. Ich weiß, wo wir hingehen. Hier raus. Okay, okay. Hier hast du schon gelootet, okay. Lass mit Impulses hingehen, weil, falls da jetzt gleich jemand anders hingeht. Oh nein, ich kassier falsch an. Scheiße, ich hab falsch an kassiert. Ach ne, ich hab ja auch, äh, 15 Fight Damage bekommen. Richtig mies, ne? Ja. Ja. Ich mach den Impulses jetzt auch weg, falls ich gleich wieder... Irgendwie unaufversehen hier irgendwie... wieder... Die haben schon einen Fool. Wir haben nicht mal... Wir haben nicht mal Blue Life. Doch. Ich. Hab es... Hast du, du hast was gefunden? Ja, ähm, ne Pilze, Gammeltilze. Äh, hier sind, äh, hier ist Lagerfeuer. Lass das mal gleich gönnen. Haben das Gegner oder was hast du gemacht? Ich hab gebaut. Ja, nice Pump. Ach guck mal hier, ich nehm mal, ich nehm mal Rauchgranaten mit. Ach, ja. Oha, wie viele. Hier sind einfach... Drei, ähm... Hey, wie heißen die? Ey. Was schon? Hier gibt's nur mal eine grüne Maschinenpistole. Ey, das ist doch nicht Fortnite's Ernst. Das ist noch kein Book. Oh mein Gott, hier ist noch eine Chest. Ach, ihr hast mal Lagerfeuer? Ja. Ich hab halt kaum Steine, ne. Und so. Guck mal hier können wir noch ein bisschen... Nebo, meine Truhe. Nein, Panda! Nein! Der hat ne, ähm, epische Pump. Der hat ne Heavy Pump, keine epische Pump. Ja, Heavy Pump. Heavy Pump ist schlecht einigermaßen. Wenn Niko die bekommt, Niko ist gut damit. Sag das aber nicht. Sag das aber nicht. Die haben nicht gestimmt. Weil Niko darf die nicht bekommen. Heavy Boy mit seiner Scar angeben, möchte ich aber auch eine. Das war's komplett. Lass mal ne, lass mal ein bisschen abseits von den gehen. Vielleicht machen die ne Unüberlebtes. Weil, ähm, jetzt sind sie gleich Schlitzer. Machen wir auch, ähm, wer am nächsten auch überlebt? Nein, nur mit nem epischen Christenpunkt. Okay. Dann stimm ich das wieder. Hier ist noch ne Sniper. Hab schon. Lama, let's go! Nein, bitte, geh weg! Schieß doch doch nicht so auffällig an! Ja, jetzt, äh, Panda weiß das. Ja, moin, Digga! Ey, nein! Nein! Gib doch! Nein! Gib die! Ja! Boah, gib die Materials und so alles. Ja, der hat mir die geklaut, also. Nein, gönn die einfach. Juck mich jetzt, kein Scheißdreck mehr. Wer will Punk haben und ich hab, äh, 73. Äh, nein, gib den nicht, gib den nicht, gib den nicht. Lass uns ein bisschen abseits von den gehen, bisschen. Boah, ich hab fast voll viel. Geh in die Hütte und dann, äh, gibst du mir ein bisschen Pumpkarmonie. Hier ist blau Pump. Boah. Gib mir Pumpkarmonie, gib mir Pumpkarmonie. Sauber. Gegner, Gegner, Gegner. Ah, nee, Ding ist da hinten. Oh, wir sind zu viele, Digga. Oh, der Arme, Digga. Hitsch, 75er. Hab ich auch? Ja, meine auch. Pushen, pushen, pushen. Nein, fast. Hab ihn. Danke, bitte, hol mich hoch. Hol mich hoch. Hast du Heal? Äh, nein. Scheiße. Ach, vergiss es einfach. Ähm. Der andere hat bestimmt Heilung, also. Aber der ist ja nicht. Auf Berg, läuft einer. Puschen, Berg, Puschen, Berg, Puschen, Berg, Berg, Puschen. Nein, bitte, nein, 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 der Versuch zu finishen. Von hinten, von hinten, von hinten, da ist einer, da ist einer. Auf den Berg einfach, mach einfach zu. Wir werden gepusht. Lass uns verpissen, lass uns verpissen, lass uns verpissen. Warte. Komm, verpissen, verpissen. Hier, Jumphead. Ich hab extra so gemacht, dass sie das Jumphead nicht sehen. Komm, weg. Hab ich alle. Mathe, bist du fertig? Ja. Hier ist eine Kiste, Brody. Brody, hier ist eine Kiste. Ja, nein, Mama. Okay, geh in den. Oh, Digga. Oh mein Gott, Verbänder. Ah, Brian ist tot. Aber ich glaube, Nico kriegt das doch alleine hin. Scheiße. Verbänder nehme ich mit. Ah, wir haben so funkt. Nein, wie viele Kills. Nico hat einen Kill, scheiße. Ah, du auch, ne? Nein, ihr könnt auch nicht, ne? Nein, ihr könnt auch nicht, ne? Wir mussten, weil ich richtig lau war. Ja, ja, nee, Alter. Nichts, ja, ja, hab ich. Hab ich doch, Mama. Alle Aufgaben. Nein, Brian, äh, Damien. Hendrik. Komm. Wir können nicht, äh, weil ich war wirklich, ich war ja zweimal genockt worden, weil ich so lau war. Boah, äh, Damien, komm, Tone. Ich fuck's wohl ab, Alter. Wir gehen in die größten Sides rein, ne? Ja, wir brauchen aber noch einen Kill, ne, Leute? Sniper. Leute von heute. Lass mal gleich kreativ spielen. Nein, nein, Turnier werden erst mal zu Ende machen. Ah, der war knapp. Aber was für Turnier? Dann lass das wenigstens so du machen. Ja, okay, aber mit Foto dann, ne? Und dann schicken wir Fotos. Ja. Dann schnappen wir jetzt unsere erste Runde, Brian, komm, weil wir rein. Screenshot ist nur, Mann, am Öffnen in der Gruppe. Okay, wenn wir episch den Sieg haben, dann schlafen. Wo schreien wir nicht, Mann? Oh! Kommst du rein? Okay, da geht's jetzt los, los, los. Wie Bob, da braucht man Sack. Hey, du brauchst noch, ich hab noch zwei Verbände. Warte, Sack. Ah, das ist gar keiner. Doch, da ist einer. Ah, nee, der war nicht ganz drauf. Hm. Nee, komm, lass, äh, lass weiter so ne geh, so ne geh. Boah, einen hab ich gena- und, ne? Jetzt kommt der König. Ja, moin. Was ist das? Das ist kein Lied, mach, scheiße. Oh, oh, oh. Das loot, das loot. Hier, es sind welche drin. Ich hab' wo denn? Oh, 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 oh. Hallo. Da bin ich geboren. Ihr habt genau da, in dem Haus bin ich geboren. Da, drittst du, da hin, wo ich geboren bin, ist mein Zuhause. Okay. Schau, war? Ja, Digga, geht doch. Mein. Von um, von um, von um. Uh, dick. Digga, wer kommt da so auf seine fettigen Controller-Tasten? Das ist immer Damien. Oh, 11, 9, 8, 7, 6, 5, schade. Nein, das ist mein 50er Headshot. 57. Ja, wir haben zwei Kills, Leute. Warte, lass mal das Spielschirm anziehen. Ich war neben nur noch. Ja, wir wurden dritter Platz. Und, äh, zwei Kills. Insgesamt. Nein. Nein. Ich hab nur dieses Infanziergewehr um die neue Waffe. Die haben aber gewonnen, ne? Ja, ja, die Runde haben wir gewonnen. Und, äh, das zählt schon noch nicht. Na klar. Ja, aber das zählt schon jetzt eben gut, weil wir haben halt, das war, das war der Anfang des Turniers. Hä? Na ja. Muss ich jetzt nicht verstehen? Wenn man kein Foto reinschickt, ist man, äh, äh... Willst du eine blaue SMG? Willst du eine blaue SMG? Woher schießt du denn? Mach du es. Mach du es. Ich hab mit dir ein Infanziergewehr gemacht. Mach du. Wir müssen jetzt schnell machen, weil so viele Runden, die spielen könnt, so mehr sind die im Vorteil. Warte, nimm. Ich nehm auch diesen Goldschub. Warte, oder? In mir steht einer. Komm, Boyd! 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 Das ist... Der war so... One-Shot. Aha, nicht One-Shot! Aha, nicht One-Shot! Das ist... Scheiße. Ey, ich stumm, ähm... Nico, wo er schreit. Ich muss ausgeben. Mhm. Ja. Nein, ich hab' ich vergessen. Wo ein paar nicht hören. Ey, wenn ich Nico stumm... ist alles ganz entspannt. Mhm. Okay. Ein Kill. Nimm mal Spitzhack raus. Welcher Spitzhack hast du? Äh, diese, die du hast. Ach so, okay. Hast du auf Kild gehen kurz? Ähm, wir gehen hier, ne? Okay. Da gehen krass viele hin, sag ich dir. Min. Es sind fünf oder sechs Leute. Und da geh ich nicht hin. Da geht einer hin, der Barkoffer. Ja, gehen dieses eine verrumpelte Haus da. Ja. 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 Tschüss. Ey, die sind ja immer in mein Haus. Ja. 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 Ich komm. Ja. Ich bin hier. Aufpassen. Raus. Na. Ja. 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 Ja, ja. 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 Es ist oder? Diegel-Aim hat voll reingeschissen. Ja, dann nix mal gibst du mir die Diegel. Ich geb so viele Headshots, ne? Ich hol mir mal irgendwas zu trinken, aber ich drück also erst bereit. Mach bereit, ja. Und eben einen anderen Skin. Nimm mal den süßesten Skin aus der Banane, den du hast. Und da, du hast meine He-da. Ja, Mone und Cedric, machst du Livestream? Soll ich den beenden, weil das krägt ein bisschen auf? Ja, kannst du, aber für mich ist das gar nicht schlimm. Okay, dann lass dich den. Ich weiß gar nicht, ob man dich im Stream hört, weil du hast es gar nicht, glaube ich, an. Doch, halt nicht. Man hört dich nur bei dir im eigenen Stream. Nimm die alle mit. Ey, warum wer arbeitet die Treppe so scheiße? Hallo? Irgendwann konnte ich so scheiße die Treppe bearbeiten, das ist doch nicht normal. Warte, ich stelle meine Sense gerade ein bisschen höher. Oh, die muss deutlich ein bisschen höher. Warte, guck gleich mal. Äh, wollen wir fliesen? Fliese? Wir gehen nach oben, Flugzeugplatz. Mhm. Ich nehme meinen Sandalen und meinen Schlappen. Charlie, mach mal hier die Tür zu! Rocket raus! Warte. Sag mir nicht böse, wenn ich jetzt ein bisschen scheiße fliegen werde, aber ich muss hier die Tür zu machen. Jetzt regt mich das richtig auf, weil hier jeder zweite einfach rein rennt. Oh, ich fliege übelst geil! Ich auch. Naja, du musst ein bisschen auch. Mein Chef! Was? Ja. Ja. Jaaa! Oh Mann, ich kann mit ihm in die Kombo, Digga! Die Kombo mit dieser Waffe dann! Gib, 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 gib! Gib die Moni her! Nö! Komm her! Was denn? Hier. Da liegt Moni, ne? Da ist ein Automaten, Kostloser! Komm schnell! Ey, Lama, Lama, Lama! Wo? Ich mag hier. Hier hinten. Lass aber als erstes hier Automat gönnen, weil da sind dann mehrere Waffen. Ne, Lama, 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 Lama! Nein, nein, komm doch eben, komm doch eben, Tier, guck mal! Dann können wir uns eine Maschinenpistole gönnen, eine blaue! Jaaa! Jaaa! Komm schnell! Warte! Okay! Drei, zwei, eins, go! Eins, zwei, drei! Boah! Okay, wir gehen zu Lama, schnell! Wie siehst du das denn auf die Entfernung, jetzt mal ohne Spaß? Da ist noch ein Automat! Hier ist als erstes noch mal Automat, das... Nein! Da ist Dingens drin! Hier ist, äh, Granatenwerfer, komm schnell! Nein, gönn dir, gönn dir! Ich gönn mir Lama! Nein, wenn wir beide, dann können wir gleich spammen! Dann können wir gleich spammen! Darf ich da Stein oder so haben? Ich werd' angeschossen, scheiße! Komm zu mir! Nein! Ich hab'n Jumppad! Komm, komm, komm! Jumppad! Nein! Scheiße! Komm! Geh' nach, äh, Klessen, Klessen, Klessen! Irgendwo! Äh, äh, nicht! Nein, nein, nein! Das ist ein Gegner! Ich will mir Lagerfeuer gönnen! Weil hier sind die Krise, die hier ist! Wo denn? Hier! Den Monden! Du hast halt alles, was man noch haben braucht, ne? Komm hier rein, komm hier rein! Ich sitz' falle! Wenn die dann hier reinkommen wollen, dann haben wir gewonnen! Komm hier rein! Ich hab' auch alles, was man haben muss! Die kommen, die kommen! Mach Tür zu, mach Tür zu, mach Tür zu! Hast du Minis? Nein, ich hab' gar nichts! Warum hast du den? Ist geöffnet! Hallo! Tag! 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 Tschüss! Ich hab' auch noch Falle! Zwei sogar! Da kommen die! Oha! Wo ist der? Da unten! In meiner volle! In meiner volle! Los, los, los! Ich hab' ihn raus! Oh, dieser! Oh, blow pump! Nein, Digga. Komm her raus! Nein, nein, kann ich nicht. Wo ist der denn? Komm zu mir, oben. Komm zu mir, wir pushen beide. Warte. Da oben. Er ist gegangen. Ich geh auch rein, weil da muss er ja los sein. Hä, er ist doch nicht gegangen. Jetzt ist er gegangen. Lass ihn hinterher! Geht doch nicht. Ist das Marco-Gleiter? Kein Witz, das ist doch Marco-Gleiter, Digga. Ja, das ist Marco-Gleiter. Er hat einfach Marco-Gleiter. Wo ist er, wo ist er? Ey. Bleib du beim Jump-Pit. Nee, komm, 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 komm. Der ist dahinter, hinterm Haus. Ich geh hier rechts lang. Ich geh hier rechts lang. Ey, beweg dich doch nicht. Ich hab mich, ich schwör, ich hab mich nicht bewegt. Ich play's, ich play's. Nein, du play's, du play's. Ich hab keine Materialien. Du play. Renn, renn, renn. Nee, schaff ich nicht, oder? Geht schwer. Nein, das schaffen wir nicht mehr. Nein, das schaffen wir nicht mehr. Nein, diese Truhe ist meine letzte Hoffnung. Komm her, dann hiemen wir uns gegenseitig. Komm. Renn! Nein, kann ich nicht. Renn doch, du Missgeburt. Was? Nennst du mich Missgeburt? Ja, warum rennst du denn nicht? Wir werden jetzt sterben. Nein, wenn wir uns immer gegenseitig healen, dann sterben wir schon nicht. Die nächste Zone werden wir eh nicht schaffen. Ey, du bist doch so dumme. Vielleicht ist hier noch irgendwas zum healen. Vielleicht ist hier noch irgendwas zum healen. Ja. Ey, ich ratste gleich aus! Warum? Wir schaffen das eh nicht. Wir können halt nur noch versuchen. Wegen halt, keine Ahnung. Wir werden das eh nicht mehr schaffen. Vielleicht da hinten liegt vielleicht noch was. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Renn, renn, renn! Renn, renn! Da Ballons! Ballons! Warte, wir müssen uns eben noch healen. Einmal hier, noch. Einmal hier, noch. Einmal hier, noch. Einmal schnell, noch. Und dann versuch'n wir mal mit Ballons. Und dann, vielleicht schaffen wir das sogar noch. So, jetzt schnell. Geh nur mit Ballons! Geh die Ballon! Geh, geh, geh! Geh, geh, geh! Ey, was machst du? Mann! Hä? Mann, ich muss uns immer tun. Du kriegst mich weg mit dieser Scheiße! Hinter uns liegen Verbänder! Hinter uns liegen Verbänder! Ich geh zur Zone! Ich geh zur Zone! Mehr Unge, kann man nicht haben! Geh du zur Zone, ich gönne mir eben, äh, hier Verbänder! Komm! Geh! Geh! Nein, werden wir nicht mehr schaffen! Nein, wegen der nächsten Zone, ne? Hm. Ey, lass mich von zu voll scheinen, wir haben gar keinen Bock mehr. Ey, wir sind von hier, ne? Zeh tausend Kilometer nach da gelaufen! Nn-n! Nn! Das ist so dumm, was wir hier machen! Lass die ganze Zeit durchhalten! komm renn 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 du ich gönn mir Verband geh so weit wie geht geh so weit wie geht ach bleib 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 das ist wenn wir gleich gehen nein 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 alles gut Ballon hier alles gut dropp 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 alle noch ey so Pech kann man nicht haben nein nein scheiße wenn man auf den Boden geht dann bricht das ab egal warte wir müssen Foto machen ähm ich will schnell Foto machen kann das sein dass die noch kein Foto reingeschickt sind doch ne eins hä ich kann das nicht hä Screenshot das ist so jetzt na hä diese Screenshot geht nicht zu verschicken hä warte mal Säme mit den Ecken Wer in dieser Stadt bleibt, hat gewonnen. Welche denn? Hallo? Ja, ist er die? Ey, ja. Was ist? Lass mal gleich alles zusammen kreativ spielen. Ja, ich markier gleich. Ey, Leute. Ich hab so eine gute Idee. Lass machen. Wer hat erst die Stadt verlässt, hat die verloren. Nein, Digga. Nein. Okay, dann mache ich uns selben und das, oder? Hm? Warum? Weil das ganz viele YouTuber-Moment machen. Aber lass mich nicht gestimmt. Aber lass mich nicht gestimmt. Da war es recht in den Augen. Lass uns dann nicht gestimmt. Mach doch mit. Weil wir suchen, ähm... Ja, ne, ich doch dann. Ja, okay, komm. Du sollst uns ja nicht gestummt lassen. Aber wir spielen jetzt noch nicht mit, weil wir... Ah, okay. Ich und David gehen halt in Tilted Towers. Hm? Tilted Towers? Nein! Hä? Weil die sind fast fertig. Nein, es leben noch 38 Leute. Egal, trotzdem. Komm, lass uns mit Kanonen schießen. Die Beste, da ist mindestens zweimal in die Zone. Und dann... Lass aber als Team dann arbeiten. Weil da ist auch zwei Lagerfeuer. Ich hab dich weggeschossen. Ähm, meistens durchs Bord. Wo denn? Sei mal froh, ich hab dich voll weit geschossen. Sei mal froh, ich könnte noch weit geschossen. Sag doch, weil wir müssen alle da bleiben, ne? Guck mal, ich flieg auch nicht viel weiter. Welche Stadt sollen wir machen? Mir ist das eigentlich relativ egal. Ähm... Es muss ja auch keine Stadt sein. Ja, doch, lass Felsen. Nee, lass mal irgendwie... Guck. Hier. Lass Happy oder so. Geh ich hin. Mhm, mhm, mhm. Wir müssen... Ja, okay, lass dahin gehen. Aber... Weil da Piratenlage ist und da ist ein Lagerfeuer. Und da... Lass aber dann überlegen, weil ich mach dann ein Video. Lass dann überlegen, ähm, wann... ähm, ähm, wie der Bus fliegt halt. Weil wenn da zu viele Gegner sind, ist ja auch scheiße. Weil sonst verreckt man direkt. Dann hast du Save from Rakes, ne? Äh, ja. Ja, da ist genau gegen... da drauf. Komm, Fanny. Wer war zu? Sag dir mir, komm, Fanny, und staub mir Kills ab, alter. Oh, da ist ein epische Jumper. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, weg, 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 weg. Da sind... oh mein Gott. Wohin ist denn weg, ne? Irgendwo anders hin. Da hinten hin. Ich seh den. Da. Da. Lass den pushen. Da unten. Nein, lieber nicht, der hat so'n Laser gehabt zu mir. Nein, ich bin tot. Was? Nein! Ey, der hat mich gepümpelt. Einen hab ich low gemacht. Ich war auch ein Haubor 64. Ich bin tot. Ich krieg nicht, der hat ne Jacke, ja. Ich krieg nicht mehr, die hat ne Jacke, ja. Ich mach video. Ich hab die, die werden gepusht. Das hab' ich ja gar nicht gecheckt. Video machen wir erst dann, wenn wir das machen. Ja mach das. Nein, wir warten jetzt noch auf die, weil die machen ja mit. Wer war denn? Nein, ich dachte ich könnte eine Threadball erzielen. Z ist tot? Nein. Lenk jetzt nicht ab, bitte. Bitte, hilf mir mal! Hat der andere Hattet? Das war so knapp, ne? Das waren die Schwitzer des Todes. Ich nehme mein Hundi. Den Piratenhundi nämlich. Guck, Piratenhundi. Hast du noch hier? Ja, hier liegen Minis. Ja, außer das. Bruder. Hatte nicht einer ein Jagdgewehr oder hast du das genommen? Von wo schießen die an? Keine Ahnung. Irgendwo Südamerika. Ah, direkt vor uns. Hast du schon in der Schule eine 5 geschrieben, Shetty? Ähm, ganz ehrlich, nein. Nein. Nein, wirklich nicht. Oh mein Gott, einer ist noch. Ein Vokabeltest? Nein. Ähm, ähm, du hast schon mal gesagt, du hast eine 5. Keiner Daumen? Wann habe ich das gesagt? Über mir ist eine One-Shot. Ich habe mal eine 4 Minus geschrieben. Ah, nein, nein, nein. Ich habe eine 5 Minus in einem Übungstest für die Arbeit. Aber in der Arbeit habe ich glaube ich eine 2. Ja, den meine ich ja. Ja, ja. Aber in der Arbeit, wofür wir geübt haben, habe ich wahrscheinlich eine 2 oder so. Ähm, und in der 5 hast du auch schon 5 geschrieben. Ja, in der 5 war aber in der 6 noch nicht. Also außer die halt. Nein. Ach, was für Pleasant. Nein, da kommt, da kommt, hör mich nicht, hör mich nicht, hör mich nicht. Die werden doch gepusht und einer ist schon da unten. Da könnte ich mir nichts unten. Mann! 79 Meter, Mann! So ein Mistgeburt, Alter. Mach dich. Geh! Okay, wir sind Pleasant und der Brust fliegt durch. Ich habe extra verlassen, Alter. Ich habe dir sogar noch gesagt, wenn ich ausraste, dann sag. Dann sag davor, bevor ich verlasse. Oh mein Gott. Einen habe ich? Ey, mach auf die Waffe! Ah! Ah! Pfff! Was machst du denn? Achtung! Hab einen! Wo bist du? Wo bist du? Ach so, nein. Guck mal. Gib mir schnell eine Waffe! Verlasst mal! Ich habe aber eigentlich gar keinen Bock auf die Challenge, das ist voll scheiße! Ah! Nein! 36er Hit! Keine Muni mehr, Dieter! Keine Muni mehr! Mann, ich hatte noch für die eine Muni mehr! Mann, ich hatte noch für die eine Muni mehr! Ja machen! Einfach drücken! Hab ich! Dann steht da oben links so was wie Video einfach! Machen wir mal Musik aus das Copyright! Leute, kommt mal in unsere Gruppe! Können wir nicht! Lade euch ein! Ah! Ich lade G in eure! Dann mache ich auch ein Video! Lass alle so ein, äh, so ein, äh, ganz Körper Kondoms nehmen! Mach mal Musik aus! Ohne Spaß! Äh, doppel schwer! Oder? Was...